Rock und Roll, Tattoo und Wicke M, das bedeutet am 19. und 20. März, Stahlfeier, das ist eine Tattoo, also Messe, da werden Tattoos gemacht und da bin ich, ich darf da sein, unser Team, Nadel, Dirk und der Peter. Wir werden richtig feiern, Tomi, Dankeschön für die Einladung, ich bin so froh, dass wir da sein dürfen, da werden wir richtig rocken, also der Uwe, nicht, sondern ich werde rocken und der Dirk, die Nadel, die Nadelse Mädchen, ich mache auch Tattoos, wenn einer haben will, alle grüße ich am 19. und 20. März. Nochmal, Tomi, alles vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, ich bin einfach froh, Rock und Roll an 19. und 20. März dabei zu sein, Tattoo, Wicke M, das heißt bestimmt Wochenende, aber direkt. Ha, schöne Grüße, Peter. Quassel viel.